New York City, die Bildbearbeitung. Endlich ist mein erstes Video-Training fertig und ich freue mich ganz besonders, es dir jetzt hier in diesem Film kurz vorstellen zu können. Ich war im August 2016 in New York City und habe da richtig, richtig viele Fotos geschossen von der Skyline, von Manhattan, von Brooklyn und so weiter und ich habe ganz viele verschiedene Situationen eingefangen, die ich natürlich alle irgendwie bearbeitet habe und ich möchte die hier in diesem Video-Training zeigen, wie ich meine fünf besten Situationen bearbeitet habe. Dazu zählen Fotos zur blauen Stunde, Fotos bei Nacht, Panoramen erstellen, ein Bildstil, der so ein bisschen diesen Gossam City Stil hat und dann natürlich auch am Times Square einmal mit ganz vielen verschiedenen Lichtsituationen, die wir da haben und da dann wirklich das Beste daraus machen und alle Details im Bild zu behalten. All das findest du auf diesem Video-Training und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dem Ganzen eine Chance gibst. Du sollst natürlich auch nicht die Katze im Sack kaufen und deswegen kannst du dir einen Gratis-Auszug, eine Lektion quasi schon mal so herunterladen und alles was du dafür tun musst, ist dich hier unten in mein Newsletter einzutragen. Wenn du da schon eingetragen bist, dann wirst du diese Gratis-Lektion natürlich auch bekommen und dann kannst du selber entscheiden, ob du dafür bereit bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020